Sehr schönen guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Wir haben einen herrlichen Morgen, 3. Oktober und die Sonne lacht nochmal so richtig. Es hat trotzdem wahnsinnig viel geregnet die letzten Tage. Immer mal zwischendurch wieder ein bisschen Sonne. Ich habe die Chance gehabt, gestern Abend nochmal zu mähen, weil es so gerade eben trocken war. Schnell mit meinem Toro Greens Masters über den Rasen gefahren. Kann man vielleicht ganz gut sehen hier. Schöne Streifen, die breiten Streifen. Ja, wunderbar. Ja, der E-Flex ist noch nicht wieder dran. Ich habe ein bisschen Probleme. Der hat diese beiden Ausleger, links und rechts, für die Transporträder. Ich habe diese Transporträder nicht und diese Ausleger, die nerven nur. Ich bleibe überall hier in den Beeträndern und an den Terrassen und an den Bäumen hängen mit den Auslegern. Und jetzt will ich die gleich mal abbauen. Die sollen abschraubbar sein. Ich habe schon mal ein bisschen versucht, das sieht nicht gut aus. Ich bin mal gespannt, ob ich die runterkriege, diese Ausleger, um dann besser mähen zu können. Heute darf ich nicht mähen, Feiertag. Selbst so ein Elektromäher darf heute nicht mähen. Schade eigentlich. Ja, aber müssen wir uns schön dran halten. Ja, Rasen ist gut. Problem sind die Wurmhaufen. Die sind ziemlich dominant gerade. Ich zeige euch noch mal ein paar Shots hier auf die Wurmhaufen und auf die Rasenfläche. Da ist der Wurmhaufen zusammengedrückt. Hier auch. Hier ist wieder ein frischer Wurmhaufen. Das sieht nicht schön aus. Trotzdem sind die Würmer total wichtig. Sie lockern den Boden. Sie sorgen für die Drainage. Die Regenwürmer heißen ja nicht umsonst Regenwürmer, weil sie nicht über Regen an die Oberfläche kommen und ihre Gänge bohren und die kleinen Wurmhäufchen aufwerfen. Gut, wenn die Bodenbiologie in Ordnung ist, wenn wir ein gutes Bodenleben haben, die Mikroorganismen, die ganzen Kleinsttiere im Boden aktiv sind. Dann ist unser Boden gesund und dann wächst der Rasen auch gut und der Rasen sieht super aus. Ich habe noch nie dieses Jahr so einen schönen Rasen gehabt, bis auf die Wurmhaufen. Aber sonst ist der Rasen fantastisch. Ja, das sind natürlich jetzt hier die ganzen Läpperlis abhaken. Da hat er schon wieder nachgebuddelt. Platt gedrückt und dann schon wieder nachgebuddelt. Ja. Ja, lieber Rasenfreaks, ihr habt ja gesehen, dass ich nachgesät habe und trotzdem mähe ich. Ja, verrückt, ein bisschen verrückt. Jeder denkt, ey, nachsäen und dann gleich wieder mähen, das geht doch nicht. Ja, habe ich auch gedacht. Ja, Mensch, die armen, feinen Helmchen. Ich zeige gleich mal drüben beim Nachbarn, wie da die Helmchen rausgekommen sind. Fantastisch. Und das ist bei mir genau das Gleiche. Ich habe einen Tag vorher gesät, er hat einen Tag später gesät. Das heißt, im Grunde genommen haben wir den gleichen Zustand, was jetzt die Nachsaat angeht. Und ich mähe und er nicht. Es ist auch richtig, bei der Neuansaat, wenn man die Fläche komplett neu angesät hat, ist es sinnvoll, nicht zu mähen und zu warten, bis die Halme sechs bis zehn Zentimeter rausgewachsen sind aus dem Boden. Bei einer Nachsaat auf einer bestehenden Rasenfläche kann man weiter mähen. Ich habe mich informiert bei den Profis, bei den Green Keepern. Und die Green Keeper auf den Golfplätzen, die mähen auch weiter. Die säen auch regelmäßig nach und die mähen weiter. Und das Gras muss ich dann durchsetzen. Das heißt, es scheint nicht schlimm zu sein. Alle Lücken sind so gut wie zugewachsen. Selbst meine Trockenstelle, Stichwort Hydrophobie, könnt ihr nochmal gucken. Ich hatte eine ganz massive Trockenstelle, wo ich wirklich hydrophob war. Da habe ich auch mittlerweile eine fast geschlossene Rasenfläche. Das ist richtig schön. Hier ist sie. Das ist die Rasenfläche, die völlig hydrophob war. Mittlerweile hat sich die Fläche fast komplett geschlossen. Überall kommen die feinen Gräserchen jetzt hier raus, dass die Junge nachsaat. Und die älteren Gräser haben sich jetzt gut etabliert und wieder verbreitet. Also ich sage mal noch eine oder zwei Wochen, dann ist diese Fläche auch dicht. Cool. Ja, liebe Rasenflüge, jetzt sind wir wieder in meiner Werkstatt drin. Es gibt wieder Werkstattvideos. Die Werkbank ist total vollgestellt. Hier liegen überall Pakete herum. Ich kann hier kaum treten, aber ist egal. Die Maschinen sind das Wichtigste. Die Autos müssen draußen bleiben. Wir schwenken mal kurz einmal hier rum. Absoluter Wahnsinn. Das ist nicht wahr, ne? Das ist echt nicht wahr. Was mache ich bloß mit den ganzen Geräten? Ja, also den John Deere will ich verkaufen. Ihr könnt ja noch mal bei eBay gucken, eBay Kleinanzeigen. Da steht mein John Deere drin. Der muss jetzt hier mal irgendwann weg. Und der Rest muss hier bleiben. Und den E-Flex, den will ich hier heute auseinandernehmen. Das klingt gleich krass. Und erstmal den Checker machen. Ja, schneidet nicht. Ja, schneidet nicht. Schneidet nicht. Schneidet nicht. Gut. Hier gibt es eine interessante Methode von Toro. Ich habe so eine Fühlerlehre. Und mit dieser Fühlerlehre soll man den Abstand einstellen und dann zwei Klicks ran drehen. Das ist hier die Fühlerlehre. Ich blende euch gleich mal ein, was das für eine Dicke hat, dieses dünne Blättchen. Genau. Da ist sie gut. Also sie ist wirklich... So, jetzt drehen wir nach. Das ist die Nachstellenmutter. Und eine Raste, also ein so eine Kerbe hier. In der Verdrehung sind 0,018 Millimeter Verstellweg an der Spindel unten. Eins, zwei. Cool. Dieses Ding geht hier zwischen und misst also hier, das geht jetzt natürlich nicht mehr, hier zwischen dem Spindel, dem Spindelmesser und dem Untermesser, wie so eine Fühlerlehre, den Abstand. Fantastisch. Das ist wirklich, das ist fantastisch. Mittler. Wunderbar. Perfekt. Jetzt kann ich mich natürlich nicht beherrschen. Wir machen mal ganz kurz einen kleinen Schnitttest. Hoffentlich merkt das keiner. Kupplung rein. Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Da war's. Mehr nicht. Gut, Nachbarn. Oh, sauber. Oh, ich könnte schon wieder weiter mähen. Ich darf nicht. Ich darf nicht. Wie sieht er aus? Ja. Schön, schön. Das ganze Papier hier. Zack, weil es wieder rausgekalkt. Sehr schön. Gut. Das sind hier die Aufnahmen für die Transporträder. Mit diesen Aufnahmen fahre ich überall gegen. Und die kann man rausschrauben. Mal gucken. So, 22. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, ey. Gewicht sich nix. Wir versuchen es jetzt mit Hitze. Dazu baue ich den erstmal ab. Jetzt mache ich den ganzen Lack kaputt. Oh, das rostet, ey. Oh, der ist richtig eingericht. Oh. Oh. Ne. Ei. Ei, 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 ei. Aluminiumoxid. Hier ist natürlich eine Nuss. Das ist ein 42er. Habe ich natürlich nicht. felt rather, weil ich schwer nicht preferiert. Aber Gamer, das passt erstmal aus. So, jetzt brauchen wir wiederellen. clean, das ist alles, was, Cory. Zrusel. Ich hab also den Fisch Nix. Null. Nada. Null. Nicht einen Millimeter. 42er Nuss. Und dann gegenhalten. Schade. Nicht zu machen. Achja. Schade. Tja, Felix. Fail. Nicht zu machen. Ich baue wieder alles zusammen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.